Heute mit Shif Solo, Dansen, Seedas und dem YouTube-Romad. Alter, der echte? Der echte? Oh, das ist... Der hat sich doch gemutet. Ich hab schon einiges von ihm gehört, aber... Holy shit, das ist wirklich der echte? Ist ja auch im TS. Ja, aber der ist gemutet. Ja, die Mom kommt grad rein, man. Internet ist Ende. Oh Gott, Alter. Das kann eigentlich so ein hässlicher Spaß sein. Ich sage es auch immer wieder, wenn ich... Aber, naja. Ich dachte, du bist der echte. Bist du der echte? Ich bin Faker. Also der echte. Aber du hast schon Exhaust, ne? Weil das ist am besten. Ja, auch für den Support. Nee, auch auf Medicaray. Auch auf deiner Moda. Ich bin nicht gut, dass die Gegner... Ha! Ruf da, Moin! Daria hat Charm geskillt. Oh mein Gott. Warte, der Viroslav? Äh, Viroslav? Viroslav? Nee, Viroslav. Ja, klar trippt er mich. Warum ich eigentlich? Durch die Chilin, ne? Ja, ne. Der echte Wieland? Na los, go. Go, ich bin da. Go, go, ich bin... Alter, was ist da denn mit unserer Obsidian? Hat der irgendwie... Warte, geh rein. Ja, dein... Nice, Alter. Den Connect wollte ich sehen. Good job. Alter, ist der... Shizuru ist ja... Twisted Fate. Auf die Ari, auf die Ari. Ja, deswegen. Auf den Garen. Oh, Scheiße. Können Dansen? Warte, 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 warte. Jo, Dansen. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Oh, Scumlord. Bye, bye, Mr. American. Wie geht das Lied? Verlässt nicht. Ah, ja, komm, tu doch nicht so, Alter. Du hängst ja jedes Wochen in dem Country Club ab, Alter. Ich erzähle mir doch nichts, ne? In dem Homo Club. Erzähle mir doch nichts. Watt, 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 watt. What? Träge ich noch einen Pull, oder... Wäre doch nicht so, ne? Naja, nicht so, glaube ich. Naja, nicht so, ne? Alter, sieht doch, du... Wann ist das so viel Lappen? Alter, sieht doch, du stirbst am fucking... ...Bab? Alter, Mann. Du bist denn du für lauf, Alter. Du hast halt echt den Red Buff... Alter, mehr Try halt geht halt wirklich nicht, oder? Hä, der hat Darius Top-Ning gepickt. Brauchst du Hilfe, Alter? Ja, ich brauche Hilfe, ein bisschen. Danke dir. Alter, dansen. Es war halt schon wieder übelst, klammert, ne? Du Boy. Happy Feet. Wie lange hast du wieder Ballettschirm genommen, oder warum? Happy Feet, weil ich alles dodge, was die auf mich draufwerfen, deswegen Happy Feet. Ach so, jetzt verstehe ich... Ach, jetzt verstehe ich Sie, Land, ey. Frönliche Füße. Wow. Ach, jetzt ergibt das Sinn. Jetzt macht das alles Sinn. Ey, Peric, ich schick dir dann mal im Chat ein Symbol, das hab ich schon entdeckt. Alter, wenn du das reinschickst, ne? Was ist das das letzte Mal, dass du mitgemacht hast, Alter? Safe Call, Alter. Wirklich, Safe Call. Das sieht man nicht, ne? Ach, lol. Oh, da kriegt es nicht. Ups. Dass das überhaupt nicht gebannt ist, ne? Dass man das bei sich als Status machen kann, das ist halt auch ein Witz irgendwie. Hast du das schon gemacht? Nein. Klar, ich mach das bei mir als Status, denn? Echt? Warum denn das? Weil ich deutsch bin. Das ist halt Erkennungszeichen für jeden Deutschen. Ach so. Der kleine Penis, oder was? Hä? Der Fug, was glaubst du? Oh, schlabersteu, ey. Keine Ahnung, ey. Hast du echt zwei Dorans, Alter? Junge, trotzdem bist du rasiert in der Mitte? Ups, ganz schlecht. Ja. Was sollen wir denn tun? Das finde ich schon... Aber war gut, heißt es nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch E-E-E-E-G, wenn wir nehmen sollen, schon 6. Kriegt man die auch auf. Wenn man den Dubuff smited mit der Kali bekommt man aber keine Energie zurück. Finde ich irgendwie schade. Da musst du dich halt vielleicht mal vorher ein bisschen ausruhen, bevor du den Dubuff machst. Hä? Ja, Energie zu was, Sieglas. Hey, über Nacht. Ach so. Jetzt soll ich was zurück. Ich kann bitte kommen? Ja. Ja, jetzt wollen wir die jetzt mal... Die können wir gleich mal recht durchrasieren. Der dürfte ja kein Flash haben. Ab Level 6 gehe ich hier anfangen zu roamen. Habt ihr noch Flash? Nee, die hat wieder Flash. Nein. Nee, kann gar nicht. Kann gar nicht. Oh, sorry. Ich hab gleich Flash gleich mal auf den... Auf den... Garen drauf. Ja. Oh ja. Tissi, ready. Warte, ich komme die Kamera direkt runter. Warte. Oh, ich hab kein Platz ready. Ja, soll ich vorhin anschauen? Oh, er kommt trotzdem. Da guck ich halt nicht mehr hin wie Land. Könige, sag doch mal an, Mann. Damit ich deinen sicken Play, wenn du schon mal mitmachst, auch mal auf Kamera hab. Nächstes Mal. Mein Gott, ey. Ich werde jetzt einfach die ganze Zeit... Ah, ich wollte dann sagen, ich werde deine Rang ganken mit der Ulti, aber geht ja nicht mit dem Journalist. Tja, ich hab das alles schon vorher kalkuliert. Ne? Ich wusste nämlich, dass du mich abfacken willst. Dann hab ich mir gedacht, fuck ich dich selber ab. Du kannst aber den Midlane ganken, weil der Shitsudo freut sich über jeden Gang. Und über jeden Tags. Vielleicht heißt der Noob, Alter. Der feedet wieder rein in dem Turm. Mein Gott, ey. Weißt du, du hilfst ihm sogar noch und ziehst den Flash von der Ahri weg. Oh, RIP. RIP, RIP, RIP. Mach, mach, mach alles auf den Professor's. Den kriegst du noch. Nice. Oh, der hat keinen anderen mehr, gell? Den kannst du auch machen. Easy. LOL. Disrespect Fail, Alter. RIP. Hey, was hat der gemacht, der Danson? Hat er gefehlt? Wollte Disrespecten oder hat der Weltraum weggeflasht? Das ist gern getrunken. Komm, wir töten die gerade. Alter. Tschüss, Danson. Oh Gott, ist das low, echt? Ach, der hat keinen Flash mehr. So ein low, Alter. Er stellt das Geld neben, wie man fängt an zu machen. Kauferkartus ist echt zinderig. Ja, es ist legit. Der steht 202, man. Denkst du, das kommt von ungefähr? Äh, ungefähr, glaub ich, oder nicht? Ne. Ungefähr, ja. Ungefähr. Unfähr? Alter, warum macht der denn mein Jungle, Alter? Was sind das für ein fucking... Oh, ja. Ja, gut. Latsch ich halt mal sinnlos in der Gegend rum mit Akali. Macht auch Bock. Was? Also, ich muss sagen, Akali Jungle, äh, der Wave 2 ist geil. Echt? Ich bin halt auch schon in der 4. Äh, das kann ich empfehlen. Das ist auf jeden Fall so legit. Ne, ne. Warum kann man eigentlich mit Akali nicht mehr den Q mit dem E auslösen? Haben die halt wieder weggepatcht? Ging doch mal. Nein, das haben... Das wird schon mal... Ja, es ging mal ganz am Anfang, aber vor den Reworks. Ähm. Silas, ja? Ja. Warum? Was sollst du sagen? Wollte sagen, ich lasse mich jetzt töten, damit ich ihn mit der Post nicht verprügeln kann. Was glaub ich? Ja, das war mit dem Rapper vorhin, ne? Ja, den Rapper hast du auch so gekillt, ne? Naja, ich hab's gesehen. Wenn man passierst, dann... Nein, das ist Wahnsinn. Also, ich bin hier echt wie so ein Eimer. Nice, Alter. So, ich geh jetzt mal mit dir ganken, okay? Ja, viel Spaß. 3, 2, 1. Safe call. Der geht noch raus. Ich weiß auch nicht, die TF-Card geht irgendwie immer raus. Egal, was man mit dem macht. Ja, die geht auch im Winform und alles. Auch, auch, wenn man 500 Meter entfernt ist, der wirft die trotzdem nach. Ich versche gleich mit meiner Red-Card, gell? Warte, ich hab noch keine Ult. Könnt ihr noch warten? Da ist ein Red-Card. Darauf connect ich nicht. Ja, da, ne? Wolltest du mir grad die Minions-Clone hier, oder was? Nein, ich hab mir die auf die Ahringeschossen. Aber die Reaktion... Ey, ich muss das texten, Alter. Warte, wir machen den, wir machen den, wir machen den. Soll du bereit? Ich bin am Stüssel. Stüssel, Wann ist es? Puh, alter fucking easy, ey. Fucking easy, Mann. Decathus, ey. Glaubt, der kann mich kennen, der Lauch. Ich komm, Botlane. Kappa. Guck mal, die wollen mich da helfen, Leute. Komm, Botlane. Dehnsen. Dehnsen, lauf, dehnsen, lauf dehnsen, lauf dehnsen, lauf dehnsen, lauf dehnsen, lauf dehnsen. Ja, guck mal, die machst du doch easy, Mann. Ich glaub, wenn du nach hinten klampst. Danke, Flash. Oh, lol. Flash. Alter, nice. Boah, nee, der heilt sich mit Ult gegen, ey, der Hurensohn. Oh, der hat hier Vision, das ist aber gar nicht geil. Gangster ist am Mikrofon. Oh, ich würde sagen, du bist tot, Wieland. Gelbe Karte. Rote Karte. Safe call. Lol. Easy, Alter. Und Ult. Nein, lol. Guck, hat die Ult auf dich verschenkt, Alter. Alter, wow, der Wieland, Alter. Jetzt versteh ich. Jetzt wollen wir einen Exhaust mitnehmen, verstehst du es? Ja, ich versteh es. Jetzt langsam hab ich es raus, ey. Jetzt versteh ich es, Wieland. Ich mach auch immer wieder Witze. Hat die nicht mit der Ult? Nein, nein. Hat die nicht. Du darfst dich von der Lähne weglaufen. Ach, Gott, warte, dann gehen gerade. Oh, sie hat keine Ult mehr, das ist gut. Oh, nice. Schiedsolo, du bist wohl tot. Alter, Schiedsolo ist doch Lee Mayne, oder? Alter, ich steh halt am Rapper rum und pimmel mir einen weg. Geile Sache. Guck mal, das ist ein Kartus. Den können wir doch mal gegen den Strich rasieren, oder? Aber nach Koi. In keinem Sinne. Was? Danke schön, Herr Baum. Gern geschehen. Herr Baum? Warum Baum? Oh mein Gott. Oh, Herr Schröder. Oh, hat der Ignat? Ich komm, ich komm. Den Sie, komm, zu mir, 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 zu mir. So, nice, eh. Dampsen. Alter, was ihr doch mal... Ja. Alter, da kommt ja noch einer. Ja, what the fuck, ey. Lass den mal in den Turm rein. Alter, wer wollte eigentlich, dass ich Akali Jungle spiele? Ja, also wirklich. Das ist ja komplett scheiße. Lass ihn nicht backporten. Kompläne. Sieh, lass. Nein. Akali Jungle, irgendwie macht die kein Damage, Alter. Was ist denn das? Normalerweise ist doch Akali übel zu Broken Champ. Komisch, ein Bug, glaub ich. Ja, das Mana, aber der Rest ist doch normalerweise übelst geil, oder nicht? Also, ich mein, eigentlich ist das doch echt merkwürdig. Boah, die ist der Supporter, holy shit. Also, zuvor im Game, zuvor im Game rasiert ein Akali mit einem Giant's Belt, Alter, macht zwei Millionen Damage. Können auch noch gehen, ja? Ich mach wieder nichts. Ich hab wieder wieder nichts. Boah. Ist er da? Der Damage ist auch echt... Jedes Game, was Damage mitmacht, ne, spielt der immer alleine, Bot. Richtig. Ja, weil er so kurenzönig ist. Das ist Wahnsinn, ey. Jedes Game, was er mitmacht, ey. Das ist mir mal aufgefallen, ey. Immer ist der Solo-Bot, ey. Das ist krassig. Und jeden Game-Feed, ey. Ja, weil ihr mich alle hier alleine lasst, ihr Lauchs, ey. I'm so sorry, aber ich muss die Kills nach anderen Lanes holen. Jawoll. Ich komm. Ich komm, bitte, wir können die Kills. Shit Solo? Safe Call? Drei Leute. Oh Mann, ich komm jetzt runter, okay? Nee, verpiss ich. Ich komm jetzt runter. Alter. Hast du ein Wort, die Füge? Hast du ein Wort? Danke. Lol. Easy. Da fuu. Alter, ich muss dann doch wieder Mittel-Room. Das hab ich gemacht. Alter, Silas, nicht zu mir. Nicht zu mir, Alter. Dann töd ich dich. Ich sag's dir. Ich hätt dich getötet. Hättest du jetzt zu mir gelockt, ey. Einfach pisst euch. Rot, Silas. Ja, ja, ja. Klopp. Alter, klopp drauf. Klopp drauf. Oh, Silas, Mann. Der ist wieder zu kurz, ey. Warum hab ich so komisches Schwert auf den Kopf? Garen mag mich nicht, glaub ich. Alter, wie schnell ist denn bitte die Ari gestorben? Das war ja komplett unlogisch. Da hab ich komisch, aber es sind wieder Damage gemacht. Merkwürdig. Naja. Ich flemme mich halt den Dänzen. All the happy feet. Komm, bitte. Mitte. Safe call. Kill. Wieso ist der wie alt Level 9? Alter, was? Hast du ein Solo-Lang gehabt? Go. Blu-Kart. Alter, in die Kastatur gehämmert, Alter. Was ist das eigentlich für ein Skin, Wieland? Das ist der Underworld, der ist cool, gell? Geh. Geh, geh. Also pink. Asche zu Asche. Achso. Hab ich gar nicht gesehen. Alter, ich hab ne Map-Aware, das ist wie so ein Maulwurf, Alter. Was, ne Ari? Obacht? Ja, wo sind die Boys? Ne, Maulwurf ist in Flint. Die sehen gar nichts. Boys. Ja, deswegen sag ich ja. Boys, Drake, hallo, Lee, Tf. Du musst doch mit da rein pushen, Alter. Hau ab hier, weil das ist mir nicht zu blöd. Ich bin halt leider O, M. Oh, scheiße, ich glaub ich von RIP. Egal, den Drake hab ich noch geholt. Ja, wo ist die Ari denn hin? Na, hier drügen, wie ist da? Da. Die late come and you have been slained. Faggot. Hier, die Ari. Bumst die, Alter. Richtig, richtig wegbumsen. Boah, der hat nen Blubuff, nehm ich. Alter. Boah, wieso bin ich jetzt der Villain, ne? The fuck? Weil du fucking Villain bist. Alter, oh. Die haben aber auch ein Team, ne? Das ist ja übelst merkwürdig. Oh, Alter. Jetzt Batschen, lass keine Ahnung. LOL. Oh, was? Was? LOL. E, LOL. Ich TP runter, ich TP runter, das überlebst du. LOL, Silas. Ja, aber der Exhauster, Alter, der safet man wieder den Tag. Ja. Es hat richtig den Tag safet. Ja, wenn Silas sich nicht treffen lassen würde, Alter. Schiebt der alles auf Silas, ey, was ist los? Was verkehrt bei dir? Alter, der, die Heel vom Darius, ne? Also... Also... Wer denn? Was ist ja nicht anders? Ne, äh, das ist ja, wer denn 7, was ist, äh, 8 gewonnen. Der macht den Kick-Alt. Meint ihr, da ist mit auf den Worlds gespammt, ja, ne? Auch schon. Oder? Obwohl, eigentlich ist er nicht so stark. Mhm, eigentlich ist er nicht so stark. Aber dann kommt auf einmal der Heel von 0 auf 100. Auf links ist er voll scheiße. Ja. Wenn du den kiten kannst, ja, aber auf der Lane ist der Bulli. Bulli-Parade? Alter, der Fug. Bulli hab ich? Aber der ist auf der Lane sogar schlechter als bei dem Reworks. Ja, das kann sein, weil der dort nicht mehr magischen Schaden macht. Oh, shit, Alter. Boah, das ist übelst. LOL. Lass ihm hier, Zornhaut. Na ja, witz. Pass mal auf, ich save dich. Oh, oh, Ripp, Alter. Alter. Das ist doch nicht wahr, Mann, dieser scheiß Robo. Oh, ich komm auf keinen Grünen. Oh. Oh, Dansen. Oh, Bieland. Ach, komm schon. Schlitz. Hat der noch natürlich nicht mehr. Doppelschlitz. Soll. Läu, 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 ist der gestorben. Redner wahrscheinlich, oder? Ne, ne, das war mal eine... Das ist was cool. Oh, Schlitz. Nein. Alter, im Odo, ne? Aber ich finde, Twisted Fate macht auch richtig Spaß zu spielen. Ach, nai. Ja, macht er auch, weil der auch keinen cooldown hat auf seinen Gäste. Ja, ja. Das ist übel krass, Mann. Du kannst einfach permanent den hinterherrennen und immer Karten werfen. Das ist halt übel dumm. Vor allem der W, wenn du maxst, du den W, ja, ne? Ne, ne, ich hab die Q gemaxst. Okay. Ja, ja. Ja, wenn du den W maxst, alter, der Stunt ist ja auch ewig. Irgendwie zwei Sekunden. Das ist richtig mies. Gerade sind es... Und die Duration geht höher. Die Duration geht auf jeden Fall höher. Safe call. Kann ich gleich sagen, wie viel die auf der... Zwei Sekunden. Du hast die auf drei, oder? Ich hab sie auf drei gerade. Ja, ja. Dann zwei Sekunden, max. Ne, ne, auf drei hat die nur 1,5 gerade. Ja, ich sag ja, zwei Sekunden auf max. Achso. Oh, wird der Insec? Ist es Insec? Äh, wie denn? Ohne alles. Mit nem Wort. Guck mal hier, der Bastard, alter. Der will mich wieder töten, alter. Geht rekt, ey. Lohnt sich's überhaupt, die Ulti hochzuskillen bei Twisted Fate? Ja, weil die Range höher wird. Ja, okay, gut. Alter, nee, ey. Lass doch Party machen. Kein Energie. Isamundo, ich krieg auch mal ein Peel vom Team, oder wie? Ja, ja, ich geh doch grad die ganze Zeit für dich. Oh, Boys, ey. Nennen die an mir vorbei. Ja, Alter, ich krieg einfach keinen Kill, ey. Das ist so Wahnsinn. Wollt ich denn sagen, ich krieg auch keinen Farm hier, weil die das ganze Zeit rumbefeite, ey. Das sind aber auch weirde Games, immer, ey. Boah, hast dich, ich kenn's. Alles wieder. Bist echt ein toller, toller Boy, ich seh das. Ja. Kriegt man eigentlich noch, man kriegt keine Rüstung mehr, ne, wenn man in der Smokescreen steht. Also, keine Ahnung. Oh, nee. Oh, nee. All Noobs Champs. Das ist ja echt. All Noobs Champs. Force Reals. Das ist doxig, ey. Oh, Kick in die Fresse. Oh, nice, der Ignite. Oh, der fucking Lied, ey. Der Ignite, reicht nicht. Doch, reicht. Reicht nice. Die kiten wir. Thank you. Sie hat mir zu Tode. Thank you. Können wir halt echt zu Tode kiten. Oh, fuck. Oh, lol. Back to. Was hat er nicht getroffen? Hä? Wie geht's dann? Ich geh schon von dir. Lol. Willst du damit sagen, dass Silas kein Skit? Oh, mein Gott. Die Karten rasieren auch immer so gut, ne? Die Karten sind so sinnvoll. Sie voll AD Noob Champs. Boah, Alter, was sind denn für Faggots, ey? Oh, shit, Alter. Bin ich RIP? Ich bin, ich bin, ich komm, ich komm, ich komm, Silas. Was ist ich RIP? Nein, ich hab's. Ja, was hätt ich machen sollen, der war auf mich zu nah, der hätt mich geultet. Ah, nein, Hilfe. Oh, Gott, Alter. Safe Call, ey. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich komm doch, Silas. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab gleich Ulti gehen. Der Dreckt. Der würde es enthalten. Alter, der war komplett... Alter, der Mann, ich schmeiße doch hier, du... Pimmel. Wie viel Hass sich immer so ein Normal-Game hinweg aufbaut. Ja, echt. Dann fangen wir raus. Das ist einfach der... Permanente Hass gegen Shitsudo. Alter, du bist so... Alter, wirklich, du bist doch wirklich... Du kommst aus der Hölle, oder? Du kommst frisch aus der Hölle, um mich abzufacken, Alter. Alter, wenn du das machst, ne? Wenn du das machst, ich... Alter, du dummest Stück, ey. Du hättest... Ja, ja, komm, leck mich, ey. Du kannst mich mal. Da kann ich Tivora? Nein. Äh, Midlane? Tivora, das wär ja übelst weg, ey. Wär maximaler BM. Oh, Gott, nein, nein. Vor allem, der hat der Garen so... Oh, mein Gott, der zukommt. Tervit. Oh, Bitch, get out of the way. Ich empfehle euch allen mal, bei YouTube einzugeben. Check out of the tank engine. Oh, ja. Was? Das ist ein super schönes Lied, Leute. Oder... Ja, kappa. Oh, dann. Nice, oh, dann. Oh, Alter, immer wenn... Warte. Oh, den toppen den den killen. Boah, ich hab die Schnauze voll. Nein, da. Ich geh auf Kais. Get direkt, Alter. Ich bin da, Silas. Alter, Silas. Was? Was sind deine Bowls? Sind sie zusammengeschumpft? Ja, ne, hier. Wild. Amelokoi. Amelokoi. Alter. Amelokoi. Amelokoi. Ist es gut, warum Donald die Farm hat? Nein, wir haben alle richtig... Amelokoi. 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 Guck dir mal an, wie im Scheiß ich die gefarmt haben. Oh, richtig schnell. Amelokoi. 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 Alter, den Dance... Kann man den muten, ey? Oder den... Gibt's den Dance-Ner, ey? Den muten? Sympathisch. Wow. 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 Alter, das Niveau sinkt wieder. Warte, warte, Leute, der Zug kommt. Head damage, Alter. Hört ihr das? Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Move, bitch. Get out the way. Oh, I'm on it here. Alter. Das ist der Insek. Jetzt sieh auf die Fresse. Komm, Garen. Rip. Bitch. Alter, fett, Juni. Get wrecked, du foot. Ja, auf dem Garen. Der kann nix. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hast du gedacht schon, Herr Kardus? Hast du gedacht? Oh, lol. A-M-K. 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 No, no. Ach fuck, man. Die hat noch n Oldies Steck. Wie langt? Enttäuscht mich nicht. Alter, wie er noch wartet, der Shih Tzu? Hast du das gesehen? Warte, die enttäuschen? Ja? Wow. Wow. Bei mir ist da irgendwie nix passiert. Weißt du, hast du ja richtig gut gespielt. Alter, du hast nicht gewartet, bis wir alle tot sind und bist dann reingegangen. Ich steh 2 10, Alter. Richtig gut, Alter. Der Flame, Alter. Der Shih Tzu rastet gleich wieder aus. Ich seh schon, komm. Pass auf, dass der Wieland dich nicht muted, Shih Tzu. Oder was man auch nicht machen darf, wenn man dem Shih Tzu nur ne Galil droppt, obwohl man nach ne Akar verregt, dann rastet der auch komplett aus, Alter. Ernsthaft? Komplett der Endrage? Der hat mich am Anfang fast gekillt. Der so, droppt immer ne Waffe, ich droppt immer ne Galil, der rastet komplett aus. Der Shih Tzu. Schmeiß ich noch das nächste Mal einfach ne Tech9 in oder so. Richtiger WM. Oder noch besser ne Negev, Alter. Der rastet da richtig aus. Ah, der Shih Tzu. Schon ein gemütlicher Zeitgenosse. Zeitgenosse, Alter. Alter, ey. Oh, Darius, Darius, den fick ich, Alter. Den fick ich gegen den Strich, Mann. Der hier ist auf jeden Fall wieder balanced. Oh, Leute, das ist Zeit für den Zug. Alter, easy. Fucking easy, you screw up. Alter! Woah. Oh, Tanzschuhe? Move, bitch. Get out the way. Oh, Leute. Was für Tanzschuhe, Alter? Wenn dann, wenn dann glückliche Füße. Huh. Block das. Leute, bedroht. Wow, hast nicht geblockt. Danke, Silas. Toll. Tolle Mate. Anti-Mate. Oh. Oh, shit. Ich bin kippt. Oh Gott, oh Gott. Iiiiihm. Denzen bist du ein... Denzen sind 2-11 in diesem Game? Oh, Denzen, ey. Na, was will ich nur als ADC machen gegen alle? Gegen die ganzen Cruiser. Tilter. Wenn ich keinen Pirate kriege, weil ihr übelst egoistisch immer die Kills wollt. Hä, nee. Mach ich doch. Ich hab nur 7. Ja. Der Wieland steht halt 6-2-18. Ist halt, äh... in der Schlafzeit. In der Schlafzeit, ey. Halb zwölf durch, ey. Was willst du denn? Oh, Entschuldigung. Halb zwölf? Alter, die Laternen sind schon an. Geh lieber ins Bett. Wie Zeit denn? Stimmt, klammern dein Leben an, ey. Jetzt hab ich eins. Du Lauch. Ah, die Ari möchte ich gerne basieren. Ah, die hat ja nix, ey. Du glaubst, sie haben ja richtig arme. Warte mal hier, bitte. Warte mal hier, bitte. Warte mal hier, ähm. Warte mal hier, ähm. Warte mal hier. Warte mal hier. Meine, äh... 713.000 YouTuber Abos grüßen. Achtung, Safecolder, die hier sind. Nein, die sind so Drake, siehst du doch. Ja, mach das. Oh, nee. Safecolder, die sind schon wieder hier. Die Foot. Hallo, Ari. Guck mal, da ist eine Ari da dran. Hi. Hi. Bitch, get out of the way. Move, bitch. Get out of the way. Get out of the way. Move, bitch. Hier, mach mal, mach mal, mach mal. Mach mal. Mach mal. Eins hat ihr Leben. Mach ich auch Damage, alter? Oder was ist hier los? Ah, das ist Kulling, alter. On point. Komm, bitte, turn doubles. Yeah. Und... ...schüss. Get red, alter. Ich bin fucking Akali-Main. Ja, Ari, Ari. Boah, Mann, die macht mich halt noch kaputter, wo die Six raus sind. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Sweet, alter. Oh shit, mate. Ich hab sie gebumst. They are fucking real. Daniel. Ich hab sie fuck... Alter, der... Der... Garen hat mir... Der hat mit 1000 Damage gemacht. 1000. 1000 mit seiner Ult. Und das damage. Ja, aber der... Der baut ja auch full AD. Also... Hä, die Ult skaliert nicht mit AD, du Lauch. Gar nicht. Nein, die Ult skaliert mit fehlerem Leben. Ah, die Wieland, ey. Also... 6,3,20 stehen aber keine Ahnung von Garen haben. Ja, ja, ja. A-M-K. Das sind die richtigen. A-M-K-Koi ... Ich glaub, der rennt eh weg. Behindergod! Hallo! Deswegen, ich habe sie selber gebatet. Oh shit. Wollte ich mich manlike Wollte ich mich manlike Mach schon bisschen Damage irgendwie Alter der süß Tinky Hörer stehen hier Ich hab ja auch Eichel des Todes Eichel des Todes? Ich hab eigentlich mein Damage gemeint aber gut Der hat ne Eichel des Todes Naja normal weil der sich nie wäscht Der riechst das schon aus 10 Kilometern Der riechst das schon durch die Kluft Dann weißt du schon wieder oh Wieland ist in der Stadt Hehehe Oh Komm lass den kill Ja sicher Der hat keine Ult Boah ich mach ja null Damage Oh Get fucking erect Du scrub Oh nee Oh nee nicht der Oh Bayblade main Oh shit Achtung Hallo Deutsch Hallo Oh Oh Warte warte ist hier ein Damage Test Damage Test Damage Test Damage Test Damage Test Da kommt wieder das Schwert in meinen Kopf Auf ey Oh Damage Test Oh die Ich glaub der Chitsuno macht grad nen Damage Test an seinem Headset Oh Der wie er sich ranziehen wollte Der Ficker Was für ein Ficker Der lauf Bing Bing Ficker main Die Autotext die klingt so als würdest du irgendwie durch ne usps schließen Keep you Okay confirmed Flink Damage Test Damage Test Damage Test Oh Weil das war irgendwie nicht so smart. Der Mundo ist halt irgendwie schon strong. Hast du denn verkackt? Echt? Ich glaube es geht von da bis dahin gar nicht mehr. Nee, nee, geht nicht mehr. War mir ja gut, immer früher. Riff-Edge-D. Balanced Damage, alter. Ich hab 2200 AP. Garen sein E-Spell macht mir wahrscheinlich 12 Millionen. Das ist Wahnsinn. Judgment angeblich nur... Der Judgment macht mir angeblich nur 300. Der hat mich doch tot gebladet. Kann auch gar nicht stimmen. Das kann nicht stimmen, alter. Mach mal den Damage-Test jetzt. Armcon! Ich glaube, wenn du die Achi getroffen hättest... Jaja. Jaja. Oh, die stirbt halt. Wow. Denzen hat sich für dich geopfert, alter. Ja, die geopfert, alter. Der Opfer. Den Minion. Oh, warte. Flash! Oh, Sieh on the Tank Engine? Oh. Oh nein, der Dauer. Okay. Move, bitch. Get out the way. Mach dich halt einfach. Wie der halt immer... Ich mach jetzt den Darius, alter. Der wird gegen den Strich rasiert. Amen Akkoi. Amen Akkoi. Amen Akkoi. Amen Akkoi. Amen Akkoi. Das ist halt so geil, ey. Aber so geniescht man's Leben. Der macht mich nicht, alter. Das ist dieser Akkali-Entertainment-Moment, wenn man einfach mal so einen Darius-101'st. So true. So gut, der Mann ist fucking true. Amen Akkoi. Amen Akkoi. Drei, vierzehn. Das ist halt so geil, ey. Das kreicht mich immer wieder weg. Wie bei mir halt gegen die Hook noch mal irgendwie... Ich steh mit einer Zigge... Nee, ich steh mit einem Kaffee und einer Zigge im Club und alle geilen Weiber singen bei der Hook. Nee, wie war das mit den Hatern nochmal? So. Fuck off die Hater, Hans ist da. Fuck off die Hater. Amen Akkoi. Amen Akkoi. Nein, die Menge streit Amen Akkoi. So nimm. Alter, richtig dumm, ey. Oh, Gott. Ari hat auch immer und... Imo. Imo. Exhauste mich ruhig, du Faggot. Fuck off die Hater, Hans ist da. Fuck off die Hater, Amen Akkoi. Alter, hä? Ich mach einmal irgendwas auf den Darius, ne? Da krieg ich direkt Tower-Argo, ey. Geh mal zurück. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Geträgt. Lol. Was? Was? Macht ihr überhaupt damage? Oh. Ihr Faggots. Wenn wir mal ein Nation und dann trägen? Oder andersrum? Ja. Ey, hast du mir gerade meine WLAN? Mach doch jetzt den Rechner aus, Mann. Also, ehrlich. Nochmal komm ich nicht rein. Der zweite Multi wieder stinkig. Moment. Was hast du für Teleport? Ah, ich will den Pinkport verteidigen. Ich hoffe dann noch einen. Teleport von Telekom. Ja, ich muss ein bisschen, ähm, mani warten. Ja, die Ulti für dich wohl. Ja, die Ulti für dich wohl. Ja, 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 ja. Oh, schade, Alter, wenn du die... Wählst du mal die... Ah, die ganz knapp. Wie... Wie... Der Fug, Alter. Ich platze immer weg, wie so eine übelste Bug-Flaume, Alter. Ne Bug-Flaume? Ja, die platzen richtig, wenn du drauf haust. Na, dein Gehirn platzt auch weg, wenn ich auf die drauf haue. Wingses habe ich eins. Ja, ich brauch doch keins. Ich hab da Twitch-Monies. Machen Barren-Mois. Mir doch egal, ich mach'n Rauer. So, WLAN, jetzt will ich den Barren-Steel sehen. WLAN, komm. Cue Barren-Steel, dann kriegst du einen Zehner. Was? WLAN, ja, du kriegst den stehner. Safe-Goal. Und was, war ich das WLAN-Gener? Naja, du kriegst nichts, du bist der scheiß Wrangler. Ja, der ist weg, Alter. Mach mal die Aria, Alter. WLAN, das hatte ich... WLAN, das hat Q... WLAN, das hat Q... WLAN. Boah, Alter, wie er ihn rasiert. WLAN, sorry, aber... Nächstes Mal, ne? Vielleicht klappts beim nächsten Mal, WLAN. Dir, auch hellhörig wurde. Näh, was? Was? hä? Wie? Lass mich doch in Ruhe, ey, du... Guck mal... Oh, man. Alter, Bundo ist echt richtig dumm. Okay, okay man. Der rennt einfach irgendwie nicht drüber, wie so ne Dampflok. Fuck off die Hater, Hans ist da. Fuck off die Hater, Amener. Komm mal her, Boy, her, lass den machen. Ja! Ich bin da, Mann. Ich glaub, was du machst, ich glaub ich auch. Ich glaub, ich erst mal gleich auch. Kommt da noch ne Wort platzieren. Der wollte uns irritieren, der hat gedacht, ich flash rüber, aber mach ich nicht. Arme Nakoi. Hast du die Dodges gesehen, Alter? Who's in Maine? Alter, die Sion Ulti-Bug hat sie nicht strong. Will dir mal Licht machen, Alter? Wegen mir haben wir die Ari bekommen, ja? Alter, ich hab halt echt keine Key. Wann hast du denn? 315, Alter, boah! Alter, nee. Der Dance ist halt schon irgendwie ein Lauch. Hauptsache, der Support steht halt. Helfen. Tja, scheiße. Aha, schade. Schönes Jomos, Alter. Mach doch mal hier den Tower. Ah, ja. Mach doch hier mal den Darius. Bug auf die Hater. Oh nein, hi. Alter, hier im Kill. 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 Das kann nicht sein. Was denn? Den sein Q hat mit 1000 Damage gemacht. Oh nein. Von Garen, ein Q, 1000. Das kann niemals stimmen, Alter. Ach komm schon, Alter. Ich dachte du wärst Twisted Fate Main, ey. Verstell dich doch hinter dem... Alter, warum versteckst du dich denn hinter der Statue? Mann. Wie das? Die hätten dich nicht gut gesehen. Und? Dauer! Hau ihn kaputt. Alter, Top Lane. Das ist doch ne Farm Lane, Alter. Das ist doch... Safe Gold. Die hol ich mir ab. Arme Namen. Safe Gold? Ich weiß jetzt schon, wer da hinrennt. Ah, war klar, Wichser, ey. War so klar, ey. Mieses Stück. Der hat sich wahrscheinlich extra Homegrads gekauft. Ja, sicher. Der hat direkt alles verkauft, schnell. Und nur Homegrads kaufen. Aber weißt du, was ich mir dafür hole? Deinen Red Buff, du Figger. Wo ist dein Blue Buff? 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 Hey, warum ist das denn dein Blue Buff? Weil ich den vorher... Weil ich vorher Anspruch drauf da oben hab. Alter, der E-Spell von Akali hat 0,9 Sekunden Cooldown? Das ist eben. Matra ist der einzige in dem Spiel, der weniger als 10 Tore hat. Doch, Matra. Na, weil der... Der ist halt nicht True. Der ist halt nicht Armada genug. So. Also... Mein Champion ist überhaupt nicht groß. Auch so. Genau wie du. Alter. Nein. Wow, Alter. Was last'n du da, du Zwerg? Ach, du wirst es machen. Zwergnaze zwei. Warte, du... Genau... Alter, war der für mich fast, ist der Gurren, ne? Hecht, der kriegt... Canc-Cancerous Aids. Cance-Aids. Fuck! Hecht? Nice Vesh. Yeah! Nice Veshscheid Solo, hat man nicht gesehen. Kann man nicht. man nennt mich den split push luschen ach ne help please i need somebody help not just anybody help you know i need somebody die wurde ja komplett ausgelöscht ist einfach komplett auf einer mission wirklich eine mission er hat mehr auf das game 4 16 alter machst du denn sind safe call hast du das witzbar also du hast das witzbar und kriegst ihn trotzdem nicht dauernd einer was soll ich nicht sagen mundos ist ein bisschen tangy tschüss ripp alter einfach nur ripp ach den knappe er hat fast nach peter kill ach menno immer das gleiche ach menno oder amenno 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 koi der dänzen seine lache auch er ist komplett retarded ey oh sie dass ich komme halt ihn auf halt ihn auf schwöre schwöre aber ich muss aufpassen weil da wird mich nicht wichtig axy der daneben er schnell er Oh, ich komme nicht mit der Reihe, der Kartus wird nicht so backdirt. Also es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Pass mal auf, Damage-Test gleich an der Ari. 3, 2, 1... Der wird mich halt trotzdem machen. Fuck off die Hader. Krillin? Hat keiner denn Krillin dafür? Atombombe oder was? Atombombe des Todes? Sogar noch Heal. Fuck off die Hader. Das müssen wir kurz bevor der Nexus Platz, müssen wir surrendern, Alter. Oh, zu spät. Maximaler BM. Hä? Er trifft mich? Trip, Alter, mein Leben, Alter. War richtig stark mit Ihrer Mache? Danke. Deswegen lebe ich ja nicht. Komm, mach weiter. Ich spiel. Achso. Mein Leben, Mann. Hult! 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 Hult doch einfach! Ich will nicht, dass du mich seht. Wart mal kurz. Bait ihn, bait ihn, bait ihn. Ja, klar, werde ich sehen, was ich noch hier mache. Ja, wegrennen tust du. Oh, süß. Oh, Paragate, er ist versaut. Jetzt hat er die scheiß Aries geklappt. Oh, lol, lauf halt in die Wand. Oh, Silas. Oh. Doga! Ach, Mann, Silas, du bist doch auch nicht der Meister Doga. Oh, klar. Wie sieht's bei Densin denn aus? 5, 18. Na, Densin, 20 machst du noch voll, oder? Na, mal gucken. Na, mal gucken. Alter, was sind denn für retardete Normal Games, ey? Boah, kommt hier unten, ist endlich mal wer vorbei. Ich warte jetzt bis... Egal wie lange das Game dort, ich bleib jetzt hier stehen. Ich sag dir, hundertprozentig kommt gleich ein Blue Trinket und dann geht der Garen mit der Wilt. Ich bin zum Feiern, Alter. Garen. Check Botlane. Bursch. Ja, dann stand ich nicht wieder. Da hab ich gerne Bock drauf. Ne, sorry. Der F ist... ...zure. Oh, Mann, ey. Ich dachte, du hast die Eier. Wir sagen, ich schreibe mir gleich nochmal Schiss. Also 5 da rein. Ja, machen wir mal. Ja, nicht BM. Wir stellen uns jetzt... Wir stellen uns jetzt hier rein. Safe goal, mit 5 Mann. Ich mach das mit dem Blue Buff. Blue? Alter, du machst den Blue Buff? Äh, ne, das glaub ich nicht. Geland. Mal gucken, jetzt gucken wir mal kurz... Also, ich... ...wage jetzt zu bezweifeln, ob du ihn schaffst zu stealen. Ja, stimmt. Den krieg ich wahrscheinlich wirklich nicht gestealt. Oh. Lass uns mal hier reinstellen, alle. Safe goal. Oder ne, noch besser. Wir stellen uns alle hier rein. Was soll man hier reinstellen? Noch saferer, safe goal. Was sollen wir uns da reinstellen? Ja, wir wollen's einfach... Ja, geiler Play. Ne? Er macht einfach Sonjas und sein Tick läuft trotzdem weiter. Ja. Warum auch nicht? Oh, Ari. Du bist RIP. What? What? Der hat auch noch gekneit, alter. Der hat halt auch noch gekneit. Der hat halt auch noch gekneit. What? Alter. Der Typ, ne? Das ist doch auch nicht Legend, oder? Der Typ hat 100 Ranked Wins und 188... Oh! Oh! Nein, er weiß es. Ah, schade. Alter. Das war'n sick of play. Das war'n sick of play. Ist das der echteste für HD? Könnt ihr mir hier spielen? Ich glaub' ja, oder? Naja. Trühe zu verkaufen lohnt sich auch. Der echteste für HD, ne? Ne, lohnt sich nicht. Gerade nicht gegen die Spaß, die Herren, die hier haben, Alter. Da kannst du komplett vergessen, ey. Da kriegst du den übelsten Aids. So, ich komme. Ich würde gern irgendwas mit meinem Geld machen, ne? Vorrat. Ja, schmeiß' es auf'n Boden. Vielleicht hebt's einen auf. Ja, ich würd' ja Dansen Items troppen, wenn das gehen würde. Oh, ja. Geil, 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 geil. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, safe call. Safe call. Alter, schicksteine es. Egal. Ja, Blufhaut bleibt aktiv. Oh, pass auf. Nooo! Alter! Hast du keins? Invis? Invis? Holt der mich weg? Ja, ich hab' kein Soglier-Stick. Ja, ich hab' kein Soglier-Stick. Jetzt will ich nen Tier-Mann-Kick sehen, Alter. Ja, wenn nicht, wenn ich... Ja, was will denn der dauernd von mir? Der Black, oder was? Oh, lol. Boah, die Ari, Alter. Die hat's ja komplett zerlegt, ey. Boah, grad so. Ich hab' gleich wiederholt, Leute. Ja, wurde einfach mit dem Mundo gekillt, ne? Ja. Boah, nice. Boah, Alter, der Katus. Der Katus wurde ordentlich gebankt. Bartus, ein bisschen Trip. Ich hab' wieder den Dancing-Moment. Die sagt, kennst du diesen Dancing-Moment? Wow. Boah, das hast du ja echt geklaut. Was für'n Arschloch, ey. Dancing, wie viel geht's da? Oh, 20? Schaffst du's nicht noch dancing? Let's end it! Warte, 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 warte. Du kriegst'n 10er. Safe-Call. Kappa. Kappa sagte, Alter. Nee, das ist fuck'n. Dann fuck'n. Dann kriegst'n sowieso die 20 voll. Hey, Leute! End game! End game? Boah, Alter. 45 Minuten. Demacia! Ja! Dann war's doch irgendwie so'n Cancer-Game. The fuck? Wie bitte? Boah, scheiße. Dann haben wir so'n Cancer-Game, hab' ich gesagt. Äh, Dancing? Ich glaub' du bist weg. Nee, warte, 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 warte. Warum bin ich so schnell, Gamin? Ey, hilf mir, lieber! Oh, Blue-Card. Blue-Card, Alter. Tschüss, ihr fehlt, mate. Ach, geil. Oh, lol, der wollte schon ausholen. Ich weiß. Oh, ich hab'n schon springen gesehen. Der hat schon die Spalt-Axe ausgeholt, ey. Wer wird fest an der Ari, wenn die gleich wieder lebt. Oh, Damage-Test. Ja, kannst du mal Damage-Test dann mit deinem Mutti machen? Oh, fuck. Ja, geiler Damage-Test. Bist du ein Hecht. Bist echt der größte Hecht im Teich. Trotzdem hab' ich'n Kill mehr. Ich glaub' nur, die coolen Leute haben 21 Kills. Hast'nick? Oh. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Boah, what? Da war die 20. Ach, komm schon, Alter. Du weißt ja, dass du die nicht verdient hast. Alter, was war ich verdient? Oh, Gott. Ja, den Tod hast du verdient, Alter. Den armen Akkorn, ey. Get! Fucking! Tyrannosaurus! Fuck, ich kann nicht mehr schreiben, ey. Dann lass' ich's lieber. Alter, das ist das Game, ey. Das zieht mir das Hirn stetig aus'n Kopf, ey. Boah. Wie ist hier? Was? Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch barren. Was? Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch barren. Bist du so toxic, Alter, du... Pibbel. Krasser Flame, oder? Jetzt ist's vorbei, Leute. Jetzt hab' ich 900 AP. Wer braucht Boots, Alter? Scheiß auf Boots, Mann. Ein richtiger Mann braucht keine. 580. 580? 580? Verkauf doch mal dein Scheiß, äh, hier. Verkauf doch mal dein Leben. Einen Geld. Geht. 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 Es gibt Leute, die verkaufen Geld. Echt? Ja. Für Geld, oder? Für Geld? Aber für andere ist's Geld. Banken. Ich hab' gehört, die verkaufen... Es gibt auch Leute, die nehmen Geld ein. Für den gehör' ich nicht, deswegen... Ja. Es gibt auch Leute, die nehmen kein Geld ein. Dancen. Na, Alter? Was los? Ich hab' da übelst viele Supps. Subs. Subs? Subs? Was ist denn Subs? Supporter, oder? Nee, Subscriber. Subscriber? Was sind denn? Auf YouTube meinst du? 1000 hast du da, ne? Machen wir nen Sicken Blaze? Oh, was kann man hier reingucken? Einen Sicken, ne? Oh, Putz. Wo führt eigentlich das Loch vom Nexus hin? Führt bestimmt ins Armenakoyland. Wo die größten Armenakoy schwimmen. Boah, das ist ein Traum, Alter. Von träumt jeder, ne? Pass mal auf, ey. Damage-Test. Der Dancen, Alter. Und Dancen weiß ich nie, ob ich's ernst nehme. Zeig' mal. Zeig' mal den Sicken Blaze. Tschüss! Nein, Alter. Der gute Support mit der Stun-Card ist am Start. Am Start? Dancen ist trotzdem tot. Safe Call. Nee, 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 nee. Lass ihn sterben, lass ihn sterben, lass ihn sterben. Lass ihn sterben, lass ihn sterben, lass ihn sterben. Okay, ich lass ihn sterben. Nee, nee. Fuck, ey. Da mach ich nix. Boah. Boah. Nee, nee, nee. Oh, fuck, ey. Alter, wie ich den halt echt one-shotte, den Kartus, ne? Ja, was ist das für'n Game? Aram, oder was? Wieland macht einfach null Damage an Darius. Ähm, Mundo. Für Zulu kannst du mal den Tower machen einfach. Warte, da will er halt auch nicht alles in die Hand kloppen, ne? Guck mal an mir. Wieland. Ja, zeig' mal. Äh. Äh. Alter, wie glaubst du das? Was? Alter, nicht dein Ernst. Was zum Fick? Das ist ja komplett behindert. Könnte... Also... Warte, wenn du noch nicht. Darius, Darius Kick. Oh, ja. Geil. Balanced. Kappa. Boah, auf jeden Fall ist sie komplett. Aber ich hab trotzdem noch keine 10 Tote. Nice. Dancen dafür... Dancen hat die 20 mehr gemacht. 1,20. Cool, Leute. Dann würd ich sagen was davor oder schreibt in die Kommentare, was wir für fucking Retards sind und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.